Hallo und Willkommen zurück zu Auxmissin Sterben 2. Oh mein Gott. Oh Gott. Die Map. Ja, wir haben aber auch mal 5 geschafft. Also von dem her. Ja, aber nicht der Faktor. Ja, Jut. Hast du eine Idee, wie man das am besten anstellt? Ja, ich sorge dafür, dass wir die Treppen mit Barrikaden nicht benutzen. Ja, die können nicht gar keine Treppen benutzen, die müssen irgendwo hochkommen. Ja, dann lasse ich halt nur eine Treppe irgendwo offen. Welche Seite ist hier die identisch aus, welche Seite ist am einfachsten zu verteilen? Ist dir nicht der Map-Name aufgefallen? Jetzt wo du sagst, nein. Ein kleines Geschenk für dich. Ich werde dir jagen, das in die Luft. Scheiße Ärsche. Das könnte schon passieren, potenziell. Was soll's. Kann doch hoffen. So, jeder übernimmt mal eine Seite hier oben. Ach, nur hier oben? Äh, ja, erst mal nur hier oben. Sieht so aus, als würde erst mal unten keiner kommen. Das stimmt zwar, aber... Naja, wer weiß. Und du baust dann aber in beiden Tunneln hier oben, weil ich mich ums Treppenhaus kümmere. Also, du musst dir beide Seiten dann vollbauen, also. Ich wär soweit. Alle beide, okay. Aber wir kommen so zuerst, bis es ausschaut. Ja, fängt gleich mit Troll an. Wer ist das? Ich hätte versuchst, zu töten. Darf ich bitten. Bist du noch bei deiner Stelle? Ja, okay. Ja, ich muss nur bauen. Nicht, dass die Treppen dann sperrengeweit offen sind. Aber sobald ich Pioniere höre, äh, nicht Gänsehaut schwitzt. Das wär nämlich echt nervig. Die sind schon nah dran. Die sind schon nah dran. Nein, ist der nicht. Die hinter dir sind vielleicht nah dran. Jetzt kommt der Spaß. Okay, es kommen einfach nur hunderttausend kleine Knirpse. Damit kann ich leben. Ich geh wieder hoch. Oh, hi. Hi. Ich nehm an, dass du hier oben Hilfe brauchst. Ich hab versucht, die ganzen Fallen gerade alle nur auf eine Seite zu bauen, damit die sich selbst verteidigt. Also, es sind wohl zwei durchgekommen. Es ist soweit. Hä, was? Aber nicht von mir, oder? Nö, waren wahrscheinlich kleine, die die vierte Seite hochgerannt sind, bei der noch nichts ist. Damit muss man eben leben. Aber ansonsten, glaub ich, funktioniert es ganz gut mit den Barrikaden. Hä? Wo kommt der jetzt schon wieder? Ah, da kommt ein verdammter Troll rauf. Der wird sich ja vorhören. Ja, ja. Betretet den Spalt. Der wird sich ja vorhören, den Arsch. Was? Das will ich aber eigentlich nicht, dass sie das tun. Lass sie nur kommen. Ah, das ist echt ein bisschen schlecht. So viele Tote auf einem Haus. Diese eine Treppe, die jetzt noch offen ist, könntest du da unten Säure-Sprüger hinbauen? Wir sind schon nah dran. Ja, du mal Zeit hast. Hätte ich gesagt, habe ich noch nicht einmal nachgeguckt, also weiß ich nicht mal, welche Treppe überhaupt noch offen ist. Und welche nicht. Das ist gleich so anstrengend. Ja, das ist so anstrengend. Und ermögliche kleine Racka. Ja, in dem Bereich muss man da. Äh, also an der Seite hier. Ja, aber weiter unten. Mann, ich hoffe, es wird jemand verletzt. Ja, perfekt, das reicht schon. Jetzt gehen wir. Mehr Tote, mehr, mehr! Äh, also auf der Map sehe ich noch überall genug Barrikaden, bin ich ja froh. Wenn ich sehe, dass ein blauer Punkt fehlt, dann bin ich beunruhigt. Nein, geht nicht da rein. Da bin ich auch gerade sehr beunruhigt bei dem, was ich hier sehe. Boah, das ist halt nicht gerade einfach. Ach, verdammter Arsch. Natürlich, der überlebt ja alles, der verdammte Arsch. Aber trotzdem gar nicht mal mit ihm will. Die Bogenschütze, die ein bisschen mit ihrem Leben aufhören können. Lass uns anfangen. Reicht mir das. Das nächste Mal müssen wir nur irgendwie schneller sein. Nichts aus den Augen verlieren. Ja, das ist so eine Sache hier. Das ist so viel. Wenn die Gegner aus dem Teer rauskommen, sind die dann auch kurz geslowt am Anfang oder sind die dann sofort wieder schnell? Ich hoffe, ihr steht auf Schmerzen. Aber so ein Teer, je nachdem wie man skillt, man kann es so skillen, dass sie dann danach noch weiter geslowt sind. So, ja, das ist ja nicht auf Wirkung. Wenn ich so weitermache, gehen ihn bei dir auf. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. So mäßig, dass du quasi, dass du quasi Teer machst und dann Feuer. Und dann wieder Teer oder wieder Feuer. Irgendwie, um sicherzustellen, dass sie im Feuer sterben. Aber siehst du da unten so viel Platz für sowas? Oder meinst du jetzt vor oben? Klar, wenn ich mich um oben so kümmere, da wäre genug Reichweite, nenne ich das jetzt mal. Dass das klappen könnte. Ja, ich muss leben. Achso. Gut, dass ich Bogenschütze habe. Oder, ja gut. Ja, eigentlich werden die ja getroffen vom Feuer. Ja, es darf auch keiner durchkommen. Aber wahrscheinlich ist eher das Problem, dass man einfach am Anfang noch gar nicht so viel Geld hat, um sicherzustellen, dass der unten kein Mensch durchlaufen kann. Wenn ich hier oben einfach kein Mensch durchlaufen kann, dann ist halt die Frage, wer baut unten das? Also, dann musst du dir irgendwas für unten überlegen. Theoretisch können wir beide Schwefel mitnehmen. Es ist halt auch schwer, hier oben zwei Seiten zu protecten. Zumindest mit meinem Fall kriege ich das nicht hin. Ja, also angenommen, wir bauen oben Teer und Schwefel abwechselnd, dann müssten wir beide Schwefel mitnehmen, würde ich sagen. Aber letzte Welle. Ja, der ist jetzt hin und dann ist das erstmal erledigt. Da können wir uns ja überlegen, wenn wir es wiederholen. Boah, zweifelchen schlechter geht es nicht. Sieben Minuten, nur das war aber ja dann irgendwie sehr kurz. Ja, irgendwie schon. Oder willst du das Level sofort nochmal versuchen? Kann man schon machen, ah... Du hast aber wahrscheinlich keine Barrikaden geupgradet, oder? Ähm... Nein, die Barrikaden habe ich nicht geupgradet. Okay. Aber du nimmst... Kann ich hier drin ja auch nicht. Was du größenwahnsinnig wurdest. Aus Angst der Würde wie du, habe ich ihn dann kaum unterrichtet. Glücklicherweise hat das meiner Großartigkeit... Nimm mal, stimmt das wieder das damit. Also die Zerstörer kommen hier gar nicht, oder? Was für Zerstörer? Also, hm, ja, jetzt wo du sagst, kam keiner, richtig. Dann brauche ich da unten auch nicht so exzessiv mit Schwefelvorsorgen eigentlich. Naja, du musst halt sicherstellen, dass die Kleinen sterben. Ja, aber wenn nur die eine Seite... Also die eine Seite ist halt jetzt offen. In der ersten Welle kommt eh erst nur oben was. Bau also am besten oben. Ja. Eine Reihe Schwefel. Okay, äh, passt die Konstellation, eine Eindicht, die ich jetzt habe? Oder solltest du Eis benutzen? Okay. Weiß ich nicht, kannst doch nicht... Ja, na. Ich... Ich wollte halt jetzt... Komm, meine Wanddinger. Ich wollte jetzt eine schwarz-rote Kombination bauen, sozusagen. Und du musst dich um Wände kümmern, richtig. Und wir haben halt jetzt natürlich erstmal wenig Kohle, um uns drum zu kümmern. Lass mir also einfach jede zweite Reihe für Teer frei, ich komme dann rüber. Und du kommst hier rüber und machst dann hier Feier. Und ich baue dann noch Barrikaden unten hin, dass nur noch ein Weg offen ist. Und dort baust du dann wieder Giftsprüher und ich Bogenschützen. Und dann hoffen wir mal, dass wir sie alle aufhalten können. Vor allem, wenn hier oben dann hoffentlich mehr abfackeln. Oh, jetzt bist du auf der Seite, wo du zuerst kommst. Ah, dann fängt es bei dir schon mit dem... Ah, dann fängt es bei dir schon mit dem... So, wer genau baut jetzt unten die Dinger fallen? Die Dinger fallen, ja, gute Beschreibung. Sorg einfach dafür, dass die eine Treppe abgesichert ist. Tja, das nennt man kreativ. Also bislang habe ich jetzt einfach nichts gebaut. Ich schaue jetzt einfach auf die Map, wenn einer hinrennt würde ich hin. Ja, die kommen in der nächsten Welle erst unten, also ist es... Achso. Jetzt noch egal, sag ich mal. Es ist jedenfalls eine Treppe offen und das ist die, die auf der Map unten rechts ist. Von den Vieren. Das siehst du, ja. Dort brauchst du am besten die. Also hier... Also warte mal, unten rechts. Also hier. Ja, genau. So, ich gehe jetzt auf deine Seite um Thea zu bauen. Oh, man hat ja am liebsten geröstet. Wenn mal einen hier hin, vielleicht keiner andere hat. Hä? Oh, hi. Dann wechseln wir mal. Seite. Hä? Achso, ja, das ist jetzt... Oh, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch. Hä? Ich dachte, ihr kommt nur an einer Treppe. Oder ist das so eine... Achso, ist das eine Doppeltreppe, oder wie? Wie? Doppeltreppe? Nein, schau mal, wo du das Schwefel gebaut hast. Die sind nicht mal in das Schwefel reingelatscht. Dein Schwefel war komplett unnütz. Die sind da gar nicht reingegangen. Ja, du meinst ganz unten rechts? Ich dachte, die laufen wirklich nur diese eine Treppe hoch. Nein, ich meinte, wir haben vier Treppen, wenn du auf die Map guckst. Von den vier Treppen war die untere rechts die, wo keine Barrikade ist. Ich meinte nicht, dass die beide, einen von den vier Treppen, nur die rechte Seite hochgehen. Das wäre irgendwie... Wie soll ich sowas überhaupt wissen? Witzig, wie du mich missverstehst. Aber ansonsten hat es gut geklappt. Achso. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ja, ich dachte... Pass mal auf. Ich dachte, das hier ist eine Treppe, das hier ist eine Treppe, das hier ist eine Treppe und das hier ist eine Treppe. Also vier Treppen pro Seite. Nein! Es gibt zwei pro Seite. Ah ja, die Scheißdinger sind verbunden. Du hast hier Schwefel gebaut. Und der Gag ist, die Leute sind nicht einmal hier um die Ecke gegangen. Die sind direkt hier hochgelaufen. Wie können die denn das machen? Das kann ja ich nicht mal. Keine Ahnung, aber ist egal jetzt. Ja, das ist aber... Da muss das ja oben gebaut werden. Das bringt dir dann da gar nichts. Du baust einen Schwefel dann auf jeden Fall hier hin, wo ich den jetzt gerade hingestellt habe, nachher. Das war ja rechtzeitig genug in der Welle. Und dann halt trotzdem noch einen hier und dann... Ja, weil die gehen teilweise schon außen rum. Aber manche sind ernsthaft hier hochgegriffen. Also frage mich nicht, wie ihr das angestellt habt. Und ich könnte hier oben noch eine Barrikade setzen, um sie auf eine Seite zu leiten, falls das überhaupt was bringt. Weil das ist... Da ist theoretisch eine Lücke drin. Ich könnte hier höchstens noch Teer oben stecken. Setzen, aber... Äh... Ach, warte... War ein Gegner auf einmal hinter mir, ob ich auch mal das gemacht hab. Das kann doch eigentlich alles geschenkt für dich sein. Kommt zu mir. Ja, eigentlich wundert es mich, dass die da nicht über die Barrikaden bei den anderen drei Seiten hüpfen. Naja. Naja, die Barrikaden sind blockade. Egal, der einzige Fehler war, dass der Schwefel nicht richtig platziert war. Ansonsten hat es echt gut hingehauen bis dahin. Hoffen wir, dass wir das nochmal so hinkriegen. Äh, hier sind ja noch gar keine Barrikaden platziert. Ein klitzekleines Häuschen. Ja. Das liegt nur nicht leicht. Ja, aber da müssen wir uns doch jetzt um die kümmern, wenn du die Sachen nicht leisten könntest. Ach so. Die können quasi nur da die Treppen hochlaufen, oder wie. Ach so, machst du gerade. Okay. So viele schöne Tode hintereinander. Okay, ist jetzt fertig. Äh, ja. Jetzt, äh, werde ich hier natürlich überrannt, aber egal. Kannst du aushelfen? Geht das bei dir? Äh, ich hab keine Ahnung, was bei mir geht. Hallo. Oh, okay. Nein, nein. Gefährlichst... Hm. Okay, einer ist scheinbar in Durf gekommen. Was? Ist einer reingegangen? Ach mein Gott, hat auf da rein zu gehen! Schlagt uns doch lieber! Fickt euch doch, ihr Orks! Drei Stück. Aber ansonsten sieht es sehr gut aus. Also, diese Unannehmlichkeit. Ich will das aber nicht. Das macht keinen Sinn. Wenn, dann holen wir gleich alle fünf. Ist das doof. Okay, hast du Vorschläge, wie wir die Taktik sinnvoller gestalten? Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich hab ne total dumme Idee. Ich würde ja gerne dafür sorgen, dass wir uns um eine Seite gar nicht kümmern müssen, aber das funktioniert glaube ich nicht. Äh, doch, ich hab ne total dumme Idee, das könnte klappen. Dumm. Okay. Sag ran. Ja. Platzproblem. Aber die können doch noch da, da hoch gehen. Hä? Ja. Du willst mir, hä, warte mal, was? Wir lassen die eine Seite hier komplett außen rum laufen. Die laufen dann hier die Treppen runter. Es gibt keine Explosiven und keine Knolljäger in der Map. Es ist vollkommen egal. Wir bauen hier keine Verteidigung auf der Seite. Wir lassen die alle auf die andere Seite runterlaufen. Ja. So, und du baust jetzt erstmal Verteidigung nur in diesem Gang. Äh, okay, was genau? Ist mir, äh, ziemlich egal, was genau. In der ersten Welle töten wir die so. Äh, okay. Ich liebe den Geruch von Schwefel am Morgen. Ich muss da nur fertig bauen mit dem Barrikaden. Und darf nicht bitten. Ich hoffe, dass das hier geht, wenn da... Ich weiß zwar dann nicht. Baust du das dann so, dass die dann am Ende nur noch eine Treppe hochlaufen können, oder? Ja, das ist der Plan. Ich hab's mir noch nicht so genau überlegt. Ich hatte jetzt eh kein Geld, um es komplett zu machen, aber... Idealerweise ist dann bei dir eine Öffnung. So dass die, die auf meiner Seite gerade von mir umgebracht werden, runterlaufen auf einer der beiden Seiten und auf einer von den offenen Seiten auf deiner Seite wieder hochkommen. Mal schauen, wie gut es funktioniert. Aber eigentlich muss es ganz gut funktionieren. Nein, wir haben kein Knolljäger-Problem. Ah, komm, helfen, komm, helfen. Laufen die denn runter? Oh, gute Frage, das können wir ja testen. Lassen wir sie mal noch leben. Die Seite ist ja schon fertig. Ähm, ja, ich glaub, das funktioniert nicht so, wie du's geplant hast. Ich brauch keine Halt. Viel Spaß bei Abbauen. Los, geh. Da kommen sie! Meine Orgs macht am liebsten geröstet. Sie brechen durch! Also was auch richtig bescheuert ist, man sieht die ja auf der Map, aber ob sie gefährlich werden, sieht man ja erst kurz bevor sie oben sind. Das ist richtig dumm. Das ist schon in Ordnung, das ist ein paar stecken fest, wie es ausschaut, geiler Scheiß. Okay, also es scheint teilweise zu funktionieren. Äh, nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, aber auch nicht schlecht, ne? Wir haben ja noch kein Problem, wir müssen uns gerade noch um zwei Seiten kümmern, aber die eine werde ich auch zubauen, ne dann. Hat sich das komplett erledigt. Allerdings werde ich die von unten zubauen. Und du baust unten dein Schwefel wieder ab, äh, bis wir... An der Stelle? Okay. Oder, ach, Lili, lass es auf der Seite, dann mach ich es auf der anderen zu, ist egal. Äh, wie sollten die jetzt mal töten? Auf der Seite, ein kleiner ist noch am Leben. Der ist gerade wieder unten im Tunnel, wie es ausschaut. Der kommt jetzt dann auf deiner Seite hoch. Denke ich. Oder läuft der nur dumm im Kreis? Wir sollten nicht zu viel Zeit verschwenden. Obwohl, ja, Zeitschädel haben wir theoretisch schon, aber ich weiß nicht, wie das Spiel das rechnet. Wird schon gehen. Ich dezimier mal die andere Seite, so ein bisschen. Wenn ich so weitermache, gehen ihnen bald die Orks aus. Ich habe ein bisschen gesagt, jetzt sind sie alle tot. Ja, egal. Ja. Oh, die Kleinen drehen an der obersten Stufe um, ist ja sehr interessant. Die rennen da so chaotisch rum, ich kann da nochmal treffen, die laufen so schnell. Die werden doch eigentlich sicher... WTF läuft doch nicht auf der Barrikade. Ah, ne, nicht... Er war nicht auf, aber es war... So, die werden doch sicher hier irgendwie drüber laufen. Such den mal, den Spinner. Ich glaube, der kommt nicht zum Ziel. Ich brauche keine Pause. Okay. Wir bleiben standhaft. Die schauen so aus, als wären sie nah dran, aber es interessiert werden, weil sie jetzt außenrum laufen. Weil sie sich, weil sie nicht so leicht an die Barrikaden vorbeikommen. Wird doch, rennen sie eigentlich kaputt machen, aber... Wenn sich an die füchthohe Barrikade wird sie auch fallen. Jetzt ist doch auch so ein Satz, den der Charakter mal sagen kann. Äh. Naja, es ist... Es hat... Es funktioniert. Wenn ich so will, will es nicht... Will es nicht stimmen. Was für eine dumme Taktik, aber es klappt. Es ist echt so wahnsinnig wert. So, Sparrenum in der Hinspiel. So viel schöne Tode hintereinander. Ich konnte ja über drei von mir den Skelett den ganz spawnen, weil ich immer noch dran war. So, die hier vier, die kommen hier nimmer vorbei. Mann, Wahnsinn, ist das geil. Ne, also die Taktik, die macht mich ja eigentlich froh. So, tolle, bitte sterbt mal hier an dem ganzen Feuer. Da kommen gleich ganz schön viele Leute auf uns zu. Du kannst dann an der Treppe unten noch Giftsprüher setzen. An der einen, die halt oft muss weissen. Das wäre noch so eine ganz kluge Taktik. Nein, nee, das war nicht die Barrikade, die angegriffen wurde, sind nicht. Also, okay. Ich hätte schon gedacht, da wäre was in den Spalt reingegangen, weil das ja auch so leuchtet da. Das wird klasse. Ein Glück, dass Orks ersprennen können. Ja, so kann man da auch sein. Eine entzückende Mord-Serie. Dezimierst du die anderen sehr gut. So eine dumme Taktik. Die einfach funktioniert. Aber nur, weil hier keine Sprengärsche sind und keine Knollejäger, die einen nerven. Ansonsten wäre das Ganze echt ein bisschen anstrengender. Es sollte uns beeilen, nicht, dass wir jetzt ernsthaft am Ende nur vier kriegen, weil uns jetzt die Zeit in dem Versuch fehlt. Das wäre halt lame. Aua, will der mich verarschen? Der schlägt mich doch im Boden. Ich habe ihn betäumt. Du hast im Boden? Der Feuerooger war hier oben. Nein, der war bei mir unten. Ah, das erklärt warum du dich so angestellt hast. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch für den Endless-Modus merken, falls die Map dort überhaupt existiert. Das weiß ich nicht. Ja, aber beim Ende des Modus bringt es wieder nichts, weil dort kommen dann natürlich doch wieder alle Gegner. Dann war es das mit der tollen Taktik. Mit der seltsamsten Taktik der Welt. Ey. Wenn es funktioniert, dann ist es gut. So viele Tote auf einem Haus. Wir sind noch nicht fertig. Bereit eurem Geist zu feuchtern. Euren Geist steuern. Oh, ja, ja. Wenn sie einer Falle aufweichen, dann kommen sie eben in die nächste. Wir sind schon nah dran. Eine entzückende Mord-Serie. Wunderbar. Mann. Wie gut das funktioniert. Erschreckend gut. Oh, fuck. Es fehlt uns ernsthaft der für die Zeit. Dreck. Wahnsinn. Scheiße. Scheiße. Ja. Naja, gut. So viel dazu. Werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss. Tschüss.